Servus Leute, heute habe ich ein Arena-Match für euch und zwar auf Bay 5. Ich würde sagen, meine Lieblings-Maps spiele ich sehr gerne. Ich spiele Scout mit Tier 4, also PvP mit einer PP19. Und ja, in dem Match sieht man dann schon, dass einige Leute sehr krass am Grinden sind, dass teilweise Tier 5 und Tier 6 Loadouts schon unterwegs sind. Das bekommt man einfach bloß über viel Zeit Investment. Und das Ganze findet statt bei um die 2200 Rating. Und das ist letzten Endes schon top rated, weil ich glaube, das Rating ist bei 3400 gedeckelt. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Und man spielt dann auch gegen die obersten der Läder sehr viele Stacks. Ich bin bloß solo unterwegs und es wird immer schwerer, aber ist noch handelbar. Und das war einfach ein sehr gutes Match. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich bin übrigens dazu täglich liveoftwitch.tv. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Link unten in der Description beim ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Kommt auf die Munition an. Es ist so, ja. Je dicker die Wand, desto mehr Penetration braucht die Ammo. Also Rip-Ammo geht so im Prinzip fast nirgendwo durch. What's up, guys? Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, Gott. Das ist ein Tank. Okay, danke schön für den Prime. Danke fürs Auslösen von MyPlan. Sorry, ich hab den gerade gemütet. I'm up in the Container, near the point. Okay, danke schön für den Augen. Schwarz, schwarz, schwarz! Auf geht's. Die haben Gier, die Gegner. Leute, danke für den High-Prain. Auf Level 1 und 93 Prozent. Und Akoyajin, danke für den Prime im... Fürs ganze Jahr. Weiß ich zu schätzen. Ach shit, ich hab keine Taschenlampe dran. Na, egal. Auf geht's. Oh, er läuft vor mich. Oh. Er läuft vor mich. Shit, man. Kapsel, danke schön für die T1. 33 Monate, wir kommen zu Grau-Aufälle. Danke für den Support. Ich glaub auch, Herr Wanner. Ich glaub auch, Herr Wanner. Im Ranked, voll übel. Oh, einer vom Gegner, dem? Okay. Nice. Kannst du kaufen wollen, Anti-Voxin. Good job. Tantusch, Servus. Tantusch, Servus. Tantusch, Servus. Oh. Oh. Zu spät geschalten. Hier hätt ich pre-fine müssen. Hier hätt ich pre-fine müssen. Das ist schwierig hin und wieder. Schwierig hin und wieder. Sorry, mate. All good, man. All good. I can't hear you, but all good. You can't hear me? 3, 2, 1. Hey, don't you see me? Alter, die haben wir auch teilweise Rüstung, man. Warte, der war neben mir, okay. Ich habe hier nicht mehr so gelacht bei dem Stream. Wow. Wow. Geh rechts rum. Da hätte er das gewonnen, dann würde ich es ja auch nicht. Oh, der Auk habe ich auch noch nicht gesehen. Der hat auch das Kit. Das will ich. Das Kit ist das Nächste, was ich kriege. Da hätte er hinten bleiben müssen. Da hätte er hinten bleiben müssen. Leute, danke für den Hype-Frame. Danke für die Hype-Frames. Oh, boy. Ich bin hier. Das war's. Das war's! Sobald du da die Beine verlierst, war's das, ey. 5, 4, 3, 2, 1! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay, nice. Leute, gar nicht drauf eingehen. Alles gut. Nee, wünschen nichts. Good job, guys. No, okay. est, okay. Let's go. Okay. Here we go. Okay. Und Penkiller. Верили, почти не осталось. 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 Aber wenn du da bist, die konnte man noch auf YouTube stellen. Wäre doch gar nicht schlecht. Arena ist vibe-unabhängig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017